So, ihr habt aber übergeordnet eigentlich ein Prinzip, was ich toll fand vom Namen her. Die Fehler machen die Gegner. Genau. Das heißt aber nicht, dass wir darauf warten, dass die Fehler die Gegner wirklich machen und den Ball immer als Dankeball rüberspielen. Da steckt ein bisschen Strategie dahinter. Wir versuchen natürlich, den Gegner so unter Druck zu setzen, dass auch diese Fehler machen muss. Und da arbeitet man dann von Übung zu Übung einfach an den Übungen. Heute Morgen haben wir es gesehen am Aufschlag. Dort haben wir versucht, gezielt auf Position zu schlagen. Im Spiel selber als Trainer fangen wir eigentlich einfach damit an, mit Fingern im Rücken zu zeigen, wo sie hinzuschlagen haben, um das auch im Spiel ein bisschen umzusetzen. Und die Älter, die werden irgendwann merken, sie es dann selber, wo sie hinzuschlagen müssen. Du hast immer wieder hier während der Aufzeichnung Situationen in deinen Übungen gehabt, wo du die Spieler zusammenrufst und ihr über die letzte Situation gesprochen habt eigentlich, ne? Genau. Ja? Das heißt, die Spieler müssen mitdenken, oder? Ja, das verlangen wir von den Mädchen. Dann bringt das denen auch weiter. Die müssen ja verstehen, warum wir als Trainer was sagen. Und wir halten da viel von, um kurze Übungen anzuhalten, die Leute oder die Mädchen schnell zusammenzuholen, das Thema kurz zu besprechen. Und dann gehen wir auseinander und versuchen, das wieder abzufordern. Ja, das heißt, dieselbe Übung geht dann weiter. Dieselbe Übung geht weiter, genau. Es kommt keine neue Übung, sondern du sprichst Dinge an, die vielleicht noch nicht optimal waren, erweiterst das Wissen der Spielerinnen und sie haben dann sofort wieder die Möglichkeit, das in derselben Übung nochmal wieder einzusetzen. Genau. Und wir arbeiten halt auch gerne mit einer Flipchart, dass man den jetzt auch bildlich einmal aufzeichnet. Dann verändere ich mich das wesentlich schneller. Dann verändere ich mich das. Dann verändere ich mich das. Untertitelung des ZDF, 2020